unter mir sind welche seht ihr wo ich bin unter mir die waren von ging doch bei meine freunde was geht ab willkommen zu einem erneuten video hier auf meinem channel und zwar geht es heute um die ar-meter die beste waffe zurzeit in war so und was die sturmgewehre angeht und zwar reden wir hier über die roboter die roboter ist so ein kranker laser das ist unfassbar geil und macht übertrieben spaß zu spielen die ar zusammen mit der ppsh hipfire das war das letzte video was sie gesehen haben ist so geil also wirklich roboter und ppsh für mich zurzeit die besten der top zwei waffen was die ar geht um was die mp viel spaß mit den highlights wenn ihr das klassen setup sehen wollt es kommt bis zum ende dann seht ihr es viel spaß bei uns aufgemacht und wieder zugemacht aufgemacht und wieder zugemacht auch Du bist hier. Du hast mich holt. Du bist hier. Du bist hier. P-G-Baba, ne? Du hast gesagt, das läuft. Das läuft, das läuft, das ist. Strang. Ich hör' den Kondant. Da ist was, Alter. Ich hab' den Kondant. Holt mich mal, holt mich mal. Groß. Deine Melsen und euch. Ja, auf und da. Ich komme von hinten. Loro, das sollte safe sein eigentlich teilweise also safe ich glaube es ist safe, ich glaube es ist safe. Team White, Team White. Checker. Ja auch so. Jetzt kommt diese Reudi von hinten. Hör nur noch mal. Du brauchst mal so hässlich Dinger. Ich bin so wei- Ich bin so wei- Laser. Ich bin so wei- Minimoi, Minimoi. Verpitz mich ganz im Auto Dinger. Was war für ne dreckige Lache Dinger. Junge wie geil war das bitte. Ich muss wegen Brandenbund die Gold. Aber ihr seid noch aus dem Start. Kann mich jemand holen? Also den den ich geholt hatte hatte Waffen. Was ist das für ein Visier-Bug? Was ist das für ein Visier-Bug? Das ist für ein Visier-Bug. Was ist das für ein Visier-Bug? Was ist das für ein Visier-Bug? Ja. Junge hab ich euch gepoppt mal. Falsch angelegt. Gekext. Einer in der Luft, rechts vor uns. Zwei. Er ist beim Loadout gelandet. Ja, ey. Ich wurde auch gesnipet, von wo? Ich weiß nicht, von wo. Schlag, Nico. Haben die meine Waffen nicht aufgehoben? Ich bin nicht aufgehoben. Ich bin nicht aufgehoben. Ich glaube, der ist Helpgrab. Ne, 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 es läuft hier. Ich habe ihn live hingeben. Von mir. Die geht hier unten durch. Let's go. Ähm. So, Leute. Kommen wir jetzt auch schon zum Klassen-Setup. Wie spiele ich die Roboter? Die Roboter spiele ich mit dem MX-Schalldämpfer. So wie immer, wer jeden Sturmgewehr. Lauf zocke ich den letzten Lauf für die Prolektilbeschleunigung und die Reichweite. Genauso wie Prezi. Also perfektes Ding für Fernkampflaser. Visier zocke ich den 19. von 21. Den 3-6er Scope. Schaft zocke ich den letzten. Extra fester Griff und extra 2 vollgeladen. Griff, den Polymergriff. Schön zucken Widerstand und Präzision Rückschuss bei Dauerfeuer. Ganz, ganz wichtig. Magazin zocke ich das 75-Schuss-Magazin. Und bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden mit. Nur die Magazinkapazität steigt. Allerdings muss ich sagen, man merkt das Bewegungstempo nicht wirklich, dass es niedriger wird. Und die ZV-Geschwindigkeit. Also es ist wirklich alles im Rahmen. Trotz der ganzen Nachteile. Munition verlängert. Ihr könnt auch gerne Brandmuni spielen, wenn ihr wollt. Aber verlängert ist sehr, sehr geil auf der Waffe. Und Unterlauf zock ich den ersten. Ja. Ich hoffe das klasse Set hat. Macht euch Spaß. Wenn ihr es spielt, sagt Bescheid. Schreibt in die Kommentare, ob es euch gefallen hat oder nicht. Bis zum nächsten Mal.